Manscaped got you covered. Oder eben nicht covered, denn das, was covered, das wollte er weghaben. Oder bestimmte Teilen weghaben oder eine gewisse Länge haben. Da ist ja der Fantasie, es sind ja keine Grenzen gesetzt. Wer schon mal Bassball gespielt hat, mit dem einen oder anderen, vielleicht auch relativ fragwürdigen Charakter, zusammenswöchentlich zweimal unter der Dusche stand, der weiß, bei manchen Leuten ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Eigentlich sollte ich das gar nicht erzählen an der Stelle, weil es zu lange ist, eigentlich wie so ein Read, aber ich hatte mal einen Teamkollegen in der 2. Bundesliga, der war 2,17 Meter groß, der hatte wirklich einen starken Haarwuchs auch am Körper und der hat sich das eine Mal Spaß drauf gemacht, zum Beispiel, die anderen sagen, kann ich schon mal sie nicht erzählen, weil sie nicht ganz jugendfrei waren, aber der hat sich halt mit so diesen Einmalrasierern einfach mal also generell oft in der Dusche rasiert, aber das eine Mal hat er gesagt, Jo, André, guck mal hier, guck mal hier und da hat er sich halt hier vorne ja, so eine Krawatte aus Haaren stehen lassen und den ganzen Rest hat er sich wegrasiert, also er hatte diese Krawatte runter, ja. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft er sich dabei geschnitten hat, unter der Dusche, mit diesen komischen Einmalrasierern, das war ja auch schon ein paar Jahre her, 30 Jahre ungefähr, das wäre heute einfacher. Von daher, wenn ihr das vorhabt oder einfach nur generell relativ fresh aussehen wollt, Manscaped.com, Lawnmower 4.0, Weedracker 2.0, Handyman, Beard Hedger, alles geile Teile, lohnt sich alles und auf alles gibt es 20% mit dem Code NEXT20, 30 Tag Geld zur Garantie, ist in Clue, genau wie Free Shipping, checkt's aus. Die ganzen Fragen gibt's neben der Werbung hier auch in Clue, genau wie die Antworten, aber, ich muss auch sagen, ist gerade die Zeit in der NBA, wo, ja, jetzt ist relativ wenig bis gar nichts los, gut, das hat sich in den letzten Wochen auch nicht anders gestaltet, nur da hatten wir zumindest die WM. Die WM ist auch vorbei, die wirkt noch nach, weil die sehen bei den Fragen, aber die NBA-Themen, ja, momentan in der Regel eher unerfreulich, außer Taschgipsen, der hat gerade unterschrieben, hab ich gesehen, nochmal ein Jahr bei den Wizards, herzlichen Glückwunsch. Aber, wie gesagt, die meisten Fragen, schwierige Themen. Also, arbeiten wir uns da heute gemeinsam durch. Und die erste kommt von Dan Bauer und es ist direkt das schwierigste Thema momentan. Er fragt, die Houston Rockets wollen Kevin Porter Jr. jetzt noch schnell loswerden, per Trade. Es ist sogar so, dass sie Draftpicks dazu packen wollen, zu ihm, um ihn loszuwerden. Wie schätzt du die von ihm verursachte Situation, gerade auch im Vergleich mit Miles Bridges ein, findet die Aktion beider Spieler ekelhaft. Wenn das so weitergeht, könnt ihr alleine dazu eine Dark-E-Show machen. Ja, für alle, die vielleicht nicht mitbekommen haben, weil sie beseelt waren vom WM-Titel, was da los war. Ja, wieder mal ein Fall von häuslicher Gewalt, wie es so immer so heißt. Kevin Porter Jr. hat seine Lebensquelle und seine Freundin misshandelt, körperlich angegriffen. Sie hat, glaube ich, einen Halswirbel gebrochen. Hat sie gewirkt wohl. Also die Details sind wirklich ekelhaft. Das ist momentan natürlich jetzt auch in den Mühlen der Justiz. Aber die Rockets sind aufgrund dieses Vorfalls und wahrscheinlich auch der Weißlast hier zum Schluss gekommen, naja, mit Herrn Porter wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Mir ist natürlich die Frage, inwiefern das denn möglich ist, weil man muss ja jemanden finden, irgendwie, der ihn dann, sage ich mal, auch, ja, haben möchte. Klar, kann man sagen, gut, dann packen wir da jetzt ein paar Draftpicks dran und so. Aber Fakt ist, wer will so einen Spieler im Team haben? Die gleiche Frage haben wir uns von Miles Bridges auch gestellt. Aber ich habe da auch gesagt, natürlich wird er ein Team haben demnächst. Natürlich wird er wieder Wachsball spielen. Und das wird hier wahrscheinlich auch so sein. Allerdings gibt es bei Kevin Porter Jr. ein paar andere Punkte, die dazukommen. Kevin Porter Jr. ist kein ganz unbeschriebenes Blatt. Ich rede jetzt nicht von häuslicher Gewalt oder ähnlichen Geschichten. Da ist mir eigentlich nichts bekannt. Aber das ist jemand, und ihr habt mich auch schon öfter über die Houston Rockets reden hören und die disziplinarischen Probleme, die sie da hatten und die Geschichten, die man da auch so hört. Und wenn ich die Geschichten höre im fernen Deutschland, naja, das heißt dann schon eine ganze Menge. Und einer, der immer wieder in den Geschichten vorkam, war halt Kevin Porter Jr. Und wenn ihr euch erinnert, dass die Rockets den überhaupt bekommen haben, hatte auch viel damit zu tun, dass er bei seinen Stationen vorher durchgefallen war. Ganz ähnlich hat es sich ja auch bei Christian Wood gestaltet. Wenn also so einer, der eh schon innerhalb der Liga nicht gerade den besten Neumund hat, weil neben dem ganzen Talent eben einfach da auch noch eine ganz andere Problematik da ist, einfach mit disziplinarischen Geschichten, mit, ja, einfach einer ganz eigenen Auffassung, was es eigentlich heißt, Profi zu sein. Und wenn das auch noch bis jetzt herausstellt, generell ein relativ ekelhafter Typ ist, dann, ja, möchte man ihn wahrscheinlich gerne loswerden. Frage ist halt, wer nimmt den jetzt? Der Land hat er durchaus, aber er kommt natürlich mit einer ganzen Menge Red Flags. Und sollte man so einen auch unter Vertrag nehmen. Und das ist einfach wahnsinnig schwer für mich immer, jedes Mal. Aber Bridge ist auch so, wenn ihr euch erinnert, dass wir darüber gesprochen haben. Auf der einen Seite denke ich, ja, das ist ein ekelhaftes Verhalten, das muss bestraft werden. Auf der anderen Seite leben wir in normaler Gesellschaft, wo es auch zweite Chancen gibt und wo man auch Leute nicht bis in alle Ewigkeit verdammen soll, weil sie mal einen Fehler gemacht haben. Und ich weiß, das klingt jetzt schon wieder zu locker. Natürlich ist das kein Fehler, wenn ich einen Menschen schlage und ihn verletze. Das ist ekelhaft, das ist ein Verbrechen, das muss bestraft werden. Aber es muss immer auch die Möglichkeit geben, Reue zu zeigen. Die Frage ist halt, zeigt Kevin Porter das? Das weiß ich nicht. Das wisst ihr auch nicht, das ist keiner. Das weiß wahrscheinlich nicht mal Kevin Porter gerade selber. Fakt ist, so jemand muss bestraft werden, zuallererst von der Justiz, dann aber natürlich auch von seinem Team. Und für mich macht es ein bisschen die Meinung, dass die Rockets sagen, also bevor wir da jetzt hingehen, an dem wir suspendieren müssen und so, dann lassen wir lieber jetzt einfach schnell das Problem wegschieben und dann ist es nicht mehr unser Problem und wenn uns das ein Draft-Pick kostet, dann ist es halt so. Aber irgendein Team wird den ja bekommen und das Team muss dann gucken, was machen wir mit dem? Und dann muss es eine Bestrafung geben und natürlich muss es eine Bestrafung durch die Liga geben. Und wenn wir jetzt Vergleiche ziehen, was ich eigentlich immer ein bisschen, ganz ehrlich, ein bisschen schwierig finde, auch gerade jetzt so die zwei Fälle von häuslicher Gewalt vergleichen, denke ich, das sollte man eigentlich gar nicht. Aber wo man vielleicht mal einen Vergleich ziehen kann, ist Jamo Rand. Was war da eigentlich los? Die Leute haben sich aufgeregt, unglaublich, schon wieder mit der Waffe in der Hand, irgendwo auf Instagram. hier, ehrlich gesagt, habe ich diesen Aufschrei nicht vernommen. Gut, es ist auch saure Gurkenzeit und jetzt gucken nicht so viele auf die NBA. Aber ich sage mal so, wenn einer im Auto mit ein paar Kumpels Waffe zieht, ist nicht geil. Aber im Vergleich zu ich schlage eine Frau krankenhausreif, tja, würde ich sagen, da muss ich nicht lang abwägen, was schlimmer ist. Von daher, eigentlich sollte die Sperre jetzt für den Kollegen Porter massiv sein. Nur, wir haben auch schon von der Liga gesehen, bei Bridges war sie auch nicht massiv. Ich weiß nicht, inwiefern es da Gespräche gab zwischen Spieler und Liga, wie die Beweislage endgültig war, was die Polizei herausgefunden hat und so, das wissen wir hier auch nicht. Aber es muss eine Bestrafung geben. Und dann hofft man einfach, dass Liga, die Liga, der neue Verein oder der alte Verein das richtige Strafmaß findet. Aber vor allem müssen wir abwarten, was jetzt so der offizielle Weg, die Polizei, die Justiz dabei herausfindet. Ich hätte es wahnsinnig schwer für so einen jetzt zu jubeln als Fan, egal ob er in meinem Team spielt oder nicht. Aber, wie gesagt, ich denke, man kann für solche Leute auch jetzt nicht die Tür auf ewig zumachen, man muss einfach hoffen, dass aus der dunklen Episode irgendwas, irgendeine Besserung herauskommt. Auch wenn das momentan natürlich schwer fällt. das irgendwie zu sehen. Tony Turek, Fußballgott, also ein älterer Hörer, fragt, wie lange wird Dennis Schröder sein Spiel so spielen können? Morgen wird er 30, also heute ist er 30 Jahre alt geworden. Welche Faktoren müssen zusammenkommen, dass er 2027 auch noch dabei ist? Naja, 2027 ist nicht so weit weg. Das sind jetzt vier Jahre, dann ist er 34. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist auch ein Hältive Fortschritt, das basketballische Alter ist es natürlich auch. Auf der anderen Seite sind wir momentan eine Menge Spieler, die weit über 30 sind und noch Basketball spielen. Jetzt nicht jeder ist LeBron James, der erst mit 14 auf die Hohenmacht oder fast 40. Aber, was Steph Curry und sowas sehen, das sind ja auch Jungs, die ungefähr jetzt schon auf der Kante sind. Von daher, würde ich jetzt nicht unbedingt vermuten, bei einem Spieler wie Dennis Schröder, der einfach wahnsinnig fit ist, habt heute auch wahrscheinlich schon den Podcast mit Per Günther gehört, wo er auch darüber gesprochen hat, ey, was der in dem Final abgerissen hat. Das war ja unfassbar und zeigt auch, wie fit er ist. Er hat gesagt, er ist der fitteste Spieler der WM gewesen. Von daher, wenn er diese Arbeitsanstellung weiter behält, wenn er jetzt körperlich irgendwas, nicht irgendwas Krankes passiert wie Achilles Seen, sowas in der Richtung, dann würde ich schon davon ausgehen, dass er in drei, vier Jahren noch Basketball spielen kann auf hohem Niveau. Wird er langsamer werden? Naja, klar. Aber das ist ja immer das Gleiche bei diesem Fall. Wenn wir auf so einem Niveau sind, ligaweit, und der eine, also die zwei Spieler sind auf dem gleichen Niveau und werden älter und sinken dann runter, okay, cool. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo man vielleicht, wo eine Grenze ist für die Liga, wenn man da runterfällt, dann ist es schwierig als Point Card. Nur, wenn ich halt einer der schnellsten Spieler bin und das ist dann bei Dennis Schröder auch in der NBA so und ich fange viel weiter oben an als so der mittlere, mittelschnelle Point Card der Liga, dann falle ich da auch runter, aber ich werde ja nicht schneller fallen unbedingt als der andere, der ein bisschen weniger schnell ist, sondern ich werde auch in den Sinkflug gehen in der Karriere und dann werde ich aber trotzdem noch ein Niveau haben, wo ich halt Passball spielen kann effektiv und seinen Wurf haben wir jetzt ja auch bei der WM gesehen, hat der jetzt aber eine tolle Form, eine tolle Qualität, ich glaube nicht, dass er demnächst 40% der Dreierschütze wird, aber wenn es weiter so geht, dass er seine 35, 36% trifft mit seinem Speed, wenn er eine Mannschaft hat, die auch ein bisschen auf seinen Können zugeschnitten ist, nicht wie zuletzt in L.A., dann würde ich mich eher wundern, wenn er 2027 nicht mehr dabei ist, zumal er ja auch nicht die Art Point Guard ist, wie vielleicht mal in den 80ern, 90ern, und da gab es ja oft diese Shooting Guards, hey, hatten halt Athletik, Sprungkraft, aber kein Wurf, kein Wirkenspielverständnis, als da dann so der Zahn der Zeit an den Nackten, dann waren die relativ schnell weg, aber das sehe ich bei Dennis einfach nicht, also 2027, würde ich schon sagen, dass wir den noch spielen sehen, wenn er noch Lust hat, dann kann es ja auch sein, dass man sagt, reicht jetzt auch. Jens fragt, wie definiert die NBA die Stars, die von der neuen Regelung betroffen sind, wenn es um das Load Management geht, ist es die subjektive Einschätzung, das Gehalt oder doch das 2K Rating? Ich glaube, wir müssen da gar nicht so polemisch werden, sondern da gibt es klare Regeln, Regeln, die man auch vorlesen kann, wenn man sie aufruft, so wie ich gerade, und zwar, es geht vor allem um Stars, also die NBA hat jetzt neue Regeln rausgehauen zum Thema Load Management, dieses Problem, dass eben Spieler rausgenommen werden aus bestimmten Partien, um eben sich auszuruhen, bestes Beispiel letztes Jahr, als wir mit dem Florida Trip in Orlando waren, wurde die ganze Antenne Kumpel rausgenommen, obwohl er gesund war, natürlich nicht geil, aber solche Sachen möchte man eben regulieren, möchte auch regulieren, dass am Ende der Saison einfach Teams tanken und dann die besten Spieler gar nicht mehr aufs Feld gehen, von daher, es geht um Stars, das ist so das offizielle Wort und das wird definiert wie ein Spieler, mit einem Spieler, der All-Star oder All-NBA war in den drei vorangegangenen Saisons, also nur um die Spieler geht es, wenn jetzt irgendwer natürlich ein guter Zocker ist, aber er war in den drei Jahren eben weder All-Star noch war stand im All-NBA-Team, um die geht es nicht, also reden wir schon mal um eine relativ kleine Anzahl von Leuten in der NBA, aber gut, es geht auch um die Stars, bei aller Liebe für Jordan Clarkson, ich denke, wenn er jetzt fehlt, das fehlt nicht unbedingt, vor allem durch den Fernsehzuschauern, und darum geht es ja vor allem, dass Stationen viel Geld bezahlen für die Rechte an diesen Spielen, wenn du dann natürlich da viel Kohle bezahlt hast und dann siehst du eben keinen LeBron, keinen Steph Curry, dann hast du ein Problem, so, darum geht es, es geht auch darum, dass die NBA jetzt einen neuen TV-Vertrag abschließen möchte und natürlich viel Geld rauspressen möchte aus den neuen Partnern, die sagen vielleicht auch in den Verhandlungen, naja gut, okay, wir wollten das Doppelte an Geld haben wie letztes Mal, schön, schön, aber guck mal bitte hier, wir haben so viel Spiel übertragen, da haben die Stars gefehlt, wofür bezahlen wir eigentlich das Geld? Nein, deswegen macht man sowas jetzt, aber es gibt auch Regeln und diese Regeln sind die folgenden, also nämlich diese Stars, wenn die fehlen, muss man Strafe bezahlen und zwar geht es los mit 100.000 Dollar, wenn man das erste Mal einen Stahl rausnimmt, ohne dass gleich die gleich folgenden Kriterien eben erfüllt werden, 250.000 fürs zweite vergehen, 1,25 Millionen fürs dritte und dann kann man wohl bei jedem Mal noch eine Million oben drauf packen. Gut, ich denke, das ist für uns alle viel Geld, aber ich denke, gerade wenn man davon ausgeht, das würde jetzt ja nicht 20 Mal passieren, sagen wir mal, es passiert fünf Mal, wenn wir davon ausgehen, dass dann im Endeffekt 3,25 Millionen als letzte Strafe noch dann, also als Topstrafe drauf kommen, dann sind wir aber insgesamt, was sind das dann, sieben, acht, neun Millionen. Wenn ich einen Spieler habe, der wirklich, wirklich, wirklich ein paar Spiele Pausen machen sollte, damit ich am Ende einen Titel gewinne, ist mir das Geld wahrscheinlich egal, aber das mal ganz zur Seite geschoben. Also, was sind jetzt so die Kriterien und die Szenarien, wo es eine Strafe geben könnte? Also, wenn ein Spieler ein Spiel verpasst, das, und da sieht man schon, wo das Ganze herkommt, das in den USA national übertragen wird, ne, also die Spiele momentan bei, bei TNT, um, ISPN etc. Dann, also die Spiele, oder Spiele, die für das In-Season-Tournament gedacht sind. Also diese regulären Songspiele, die gleichzeitig auch Pokalspiele sind. Um die geht's. Das eine, TV-Partner, also nicht die regionalen TV-Partner, mit denen ist man, das ist ziemlich egal, die nationalen TV-Partner. Und auf der anderen Seite eben dieses In-Season-Tournament, was man ja gerade anschieben möchte. Von daher, auch da weiß man, wo das herkommt. So. Das Ding ist aber, ähm, das sind jetzt eben diese Spiele. Und dann gibt's die zweite Regel, wenn man mehr als einen Star im gleichen Spiel rausnimmt. Ne, ähm, jetzt fragt man sich natürlich, okay, ähm, trifft das denn alle Teams? Ne, natürlich nicht alle. Ähm, da muss man jetzt immer genau hingucken, ne, welche Teams überhaupt diese, diese zwei oder drei Spieler haben, die sowas erfüllen. Aber sagt, mehr als einen darfst du nicht rausgehen. Dann soll's darum gehen, dass wenn man ein Spieler rausnimmt, also, dass das weiterhin geht, ist eigentlich auch eingebaut in diese Regeln. Dann muss man eigentlich gucken, dass das, wenn's irgendwie geht, keine Auswärtsspiele sind, weil da haben natürlich die Fans in der Fremde nur das eine Mal oder zweimal die Chance, diesen Spieler zu sehen. Sondern, wenn's irgendwie geht, soll das zu Hause sein. Also lieber die eigenen Fans vom Kopf stoßen, als den Fans auswärts. Ähm, und das muss irgendwie eine Balance sich wohl halten, aber das ist ein bisschen schwammig formuliert. Ähm, dann, ja gut, wenn natürlich jemand einen Star rausnimmt am Ende der Saison oder für einen längeren Zeitraum, das gibt natürlich auch eine Strafe. Ähm, und es gibt eine Strafe, wenn ein Star rausgenommen wird, der aber nicht auf der Bank sitzt, damit die Fans den sehen können. also ihr merkt schon, hm, das ist jetzt alles nicht so ein bisschen wasserdicht. Hinzu kommt, dass es Ausnahmen gibt. Also Spieler, die, wenn die Saison beginnt, 35 Jahre alt sind oder älter. Also LeBron James kann resten, wann er will. Wenn sie mindestens 34.000 Minuten schon in der regulären Saison abgerissen haben. Wenn sie insgesamt, also reguläre Saison oder Playoffs schon tausend Karrierespiele gemacht haben. Oder wenn sie eine Geschichte von Verletzungen haben, wo man sagt, die brauchen Loadmanagement. Dann gelten diese Regeln alle nicht. Von daher, ich glaube, Clippers Fans werden davon relativ wenig haben von diesen Regeln. Da bin ich mir relativ sicher. So, und jetzt, das ist alles so, das ist alles so schwammig. Das ist für mich alles ehrlich gesagt Politik. Politik und man macht es eben den Teams ein bisschen schwerer, ihre Leute rauszuhören. Auf der anderen Seite wird es das Problem halt nicht lösen. Auf gar keinen Fall. Es wird weiterhin vielleicht nicht um dieses ganz harte Tanking am Ende der Saison. Auf der anderen Seite, naja, holt man sich halt einen Attest. Das haben wir alle schon gemacht. Von daher, ja, who cares. Aber es geht nicht ums Gehalt, es geht nicht ums 2K-Rating, es geht halt um den Status dieser Spieler im Sinne vom All-Stars oder All-NBA. Aber es ist für meinen Begriff eigentlich ein Feigenblatt. Da macht man ein bisschen Geld mit sicher am Ende des Tages ist es für die TV-Station ein Punkt. Peter P. fragt, wird Steve Barmers Plan für die LA Clippers aufgehen? Neues, eigenes Stadion, also eigentlich ist es ja eine Arena, riesiges Scoreboard, Season Pass, Stehplätze, Steilwände hinterm Korb, Toiletten, Toiletten, Toiletten etc. Gelingt es dadurch endlich den Lakers in Hollywood oder in LA kompetitiv zu begegnen? Man steht ja noch Hyped for Inglewood, auch so bezeichnen. Vorsicht mit dem Hype, würde ich sagen. Diese eigene Arena, dieses Trennen, räumliche Trennen von den Lakers, das macht durchaus Sinn. Man hat ja auch schon quasi damit angefangen, indem man jetzt als dann Barmer kam, gesagt hat, okay, damals war es noch das Staples Center, wir spielen da gleich in der Arena, schön, aber wenn wir spielen, wäre es eigentlich ganz schön, wenn es nicht so aussieht wie bei den Lakers. Und dann hat man ja angefangen, die ganzen Trikots und Banner an der Wand überzuhängen, dass man gesehen hat, okay, die Clippers sind jetzt hier. Das machen die auch immer noch, das ist auch gut. Aber am Ende des Tages, naja, also, wem machen wir uns was vor? Das Staples Center, schrägstrich, die Crypto.com Arena, da hat nur ein Team die Erfolge gefeiert, das sind die Lakers. Es war ja auch mal so, dass sie ihre eigene Halle hatten, bevor Staples gebaut wurde damals. Damals waren die Lakers im Great Western Forum. Und die Clippers haben irgendwie, ich hätte fast gesagt, die Dreckshalle, aber es waren ziemlich Dreckshalle, obwohl ich selber nicht drin war, was man so lesen kann. Da haben die gespielt im L.A. Sports, sonst was. Da waren sie natürlich aber auch die, noch die Clippers von Donald Sterling und latent, unerfolgreich, also diese Phase, die ihr vielleicht im Kopf habt mit Chris Paul, Blake Griffin und so, das war die absolute Ausnahme in der Geschichte der Clippers. zumindest seit sie in L.A. sind oder San Diego, Schrägstrich L.A., aber das würde zu weit führen. Fakt ist, du hast in dieser Stadt zwei Teams, ein Team, das Glamour-Team der NBA, eines der erfolgreichsten Basketball-Teams weltweit, schillernde Stars, eine großartige Geschichte und du hast ein Team, das über den ganz großen Teil seiner Geschichte, die waren nicht immer in der L.A., die waren auch mal woanders, da waren sie ein bisschen erfolgreicher oder viel erfolgreicher, sage ich mal, als in der L.A. bei den Clippers, aber die einfach in dieser Zeit in der L.A. sind eigentlich zum überwiegenden Teil einfach eine Truppe waren, die man sich nicht angucken konnte. Größer könnte das Gefälle ja gar nicht sein und wie man das jetzt einholen will, nur mit einer neuen Arena, weiß ich eigentlich nicht. Also, ich glaube, wenn TSV 1860 München jetzt hingeht mit irgendeinem Investor aus Katar und sagt, wir bauen hier ein krasses neues Stadion draußen aufs flache Land vor München, da können die Leute aus Garmisch mit den Skiern über eine lange Schneepiste reinfahren bis in die Luxusboxen. Mag ein geiles Ding sein und da mag einigen Architekten hinten einer abgehen, würde trotzdem nicht sagen, dass das Bayern München Probleme hätte, die eigene Bude voll zu bekommen, auch wenn das Stadion ein bisschen schäbiger wäre als das von 1860. Von daher, das ist alles schön, das ist das, was Barmer selber beeinflussen kann mit seinem Geld eben. Wir bauen hier die fette Bude, wir machen einfach was richtig Geiles draus, ein Erlebnis dahin zu kommen, die Arena ist erst da, alles cool und das guckt man sich sicherlich auch mal an. Aber das ist ja nun mal kein Architektur-Wettbewerb, es geht hier um Basketball und wenn du da ein Produkt hast, was klar schlechter ist, das kann man in den letzten Jahren sagen, waren sie ja nicht unbedingt, aber sie haben auch eben nichts gewonnen. Also wenn du nicht anfängst, Titel zu gewinnen, Leute zu begeistern mit dem, was du auf dem Feld machst, da kannst du eigentlich spielen, wo du willst, dann wird das keinen großen Einfluss haben, um dieses Gefälle halt irgendwie anzugleichen. Von daher, sei ruhig Hype für Inglewood, gar keine Frage, aber die größte Frage, Peckle, was ist, wann sind die alle mal fit, wann können die alle zusammen Basketball spielen und wenn die es dann in der neuen Halle tun, die geil ist, super, aber wenn sie keinen guten Basketball spielen, dann ist die ziemlich geile Halle ziemlich scheiße leer im Endeffekt. Christian Görbig fragt, wie hat dir Luca Donchitsch gefallen in dem Turnier, also der WM und konntest du eine Veränderung sehen in seiner Fitness und Einsatz in der Defensive? Ich sag mal so, fitnessmäßig, ich hab ihn natürlich auch nah gesehen, der erste Spieler, den ich gesehen hab, als ich da gelandet bin, am 25, was war ich, glaub ich, und in diesem Kaffeeladen gegangen bin da vom Spielhautel, der erste, den ich gesehen hab, war halt Luca Donchitsch und da muss ich schon sagen, ja, sah fitter aus, aber jetzt auch nicht, dass ich dachte, oh mein Gott, was ist passiert, wenn euch erinnert damals an die Bubble, als Jokic in die Bubble kam, dachte man, what, Moment, ist der krank, so, weil er einfach so krass abgenommen hatte und so viel fitter war. Das war bei Donchitsch nicht der Fall. Also er wirkte ein bisschen definierter vielleicht, aber nicht leicht, also dass man jetzt sagen würde, boah, der hat 20 Kilo abgenommen oder so, das auf gar keinen Fall. Was die Fitness selber angeht, kann man es natürlich schwer beurteilen. Hat er viel im Ball in der Hand gehabt, hat er viele Aktionen genommen, ja, klar, gar keine Frage. Sah er aber auch an bestimmten Phasen dann, auch gerade gegen Deutschland zum Beispiel, ein bisschen unfit aus, hat er oft so, ne, die Arme auf den, da bezahlt sich, oder da zahlt sich wieder mein Sportstudium aus, ne, man kann ja seine Atemhilfsmuskulatur wie aktivieren, indem man, ne, so dieses klassische Abstützen der Hände, mit den Händen auf den Oberschenkeln, wenn man steht beim Freiburg, dann atmet, ne, dann atmet man leichter. Das macht man natürlich, wenn man vor allem ein bisschen am Pumpen ist, so, und das hat man gesehen bei ihm natürlich ein paar Mal, ne, da war er einfach, dann stellen wir es auch nicht fit. Was man aber vor allem auch gesehen hat, war, wenn jetzt irgendjemand denkt, der hat sich super fit gemacht und dieses Jahr ist für den kein Ballbesitz des Gegners, ist irgendwie dafür da, sich auszuruhen, sondern der gibt 100% Einsatz und wird jetzt hasseln, der Traum ist vorbei, bevor er angefangen hat. Da waren eine Menge Spiele, ich habe jetzt nicht alle von Slowenien in der Halle gesehen, aber ein paar hat schon und man konnte die Uhr noch stellen, dass in gewissen Phasen und in gewissen Situationen Luka Doncic eben nur da war, weil, naja, sehr scheiße aus, wenn einer vorne stehen bleibt, wenn die anderen vier hinten verteidigen, vier gegen fünf. Aber da war er einfach, ja, nicht mehr als eine Slalomstange irgendwann. Gut, eine Slalomstange mitten im Arm, der dann einfach, wenn jemand vorbeigegangen ist, batzt, den umgehauen hat so. Aber das hat nicht mal höheren Ansprüchen genügt. Von daher, keine Ahnung, wie es in der NBA-Saison dann aussieht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da einen großen Sprung sehen vom defensiven Einsatz oder auch überhaupt vom defensiven Einfluss, den er da nimmt. Aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, vielleicht macht er sich noch ein bisschen fitter. Toni fragt, was kann man in den nächsten zwei Jahren von Franz Wagner in der NBA erwarten? Was erwartest du und was wäre dein Best Case, Klammer auf All-Star, Klammer zu, meinst du, dass ein Nicht-NBA-Spieler aus Team Deutschland noch einmal eine Chance in der NBA erhalten könnte, Bonga Hollatz oder Obst? Ähm, vielleicht kurz zum Zweiten, weil das habe ich schon ein paar Mal beantwortet, deswegen mache ich es relativ schnell. Obst hat einen Dreijahren-Vertrag in Bayern und hat gerade verlängert. Mir ist nicht bekannt, dass es da eine Ausstiegsklausel gibt. Da müssen wir erst mal abwarten. Ich glaube, da habe ich am Ende auch noch die Frage gestellt, die ich mir reingenommen habe, ob er dann über die NBA nachdenkt. Ich denke, über nachdenken kann man immer. Aber die Frage ist halt, macht es halt Sinn? Also ich denke, Andreas Obst, der hat es ja auch vor der WM gesagt und da hat sich eigentlich nichts dran geändert. Ich fand ihn überragend in gewissen Phasen in dieser WM, gerade aus dem Spiel gegen die Amerikaner, defensiv wahnsinnig reingehangen, hat Playmaking-mäßig Sachen gezeigt. Wenn Lukas Feld aus mir sagt, hey, habe ich es noch nicht gesehen. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich gucke nicht so viel EuroLeague. Von daher, wenn Lukas so sagt, dann ist das bemerkenswert. Ich habe auch ein paar Mal wie Andy Stockton getweetet. Von daher, alles toll. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Andreas Obst in die NBA kommt, jetzt in dem fortschrittenden Alter und da auch funktioniert. Denn es ist halt ein anderes Spiel, wo du viel mehr dich auf einen Matchup einschießen kannst und wirklich auch hingehen kannst und sagen kannst, den attackieren wir jetzt. Und ich habe es vor der Woche schon gesagt, er ist eben kein 2,1 Meter großer Kai Korber. Er ist 93,94. Er ist mehr JJ Reddick und JJ Reddick hatte enorme Probleme zu Beginn seiner Karriere. JJ Reddick auch ein bisschen besserer Athlet. Könnte er in die NBA kommen und Dreier nehmen und treffen? Natürlich, gar keine Frage. Könnte er in vielen Matchups auch funktionieren? Natürlich. Aber die Frage ist immer, geht ein NBA-Team hin, bietet das Geld, was man natürlich auch anbieten muss, um den Euroleague-Spieler rüberzuholen? Hat man die Spielanteile, die man ihm gibt, wo der dann sagt, alles klar, dafür gebe ich hier mein sicheres Salär, meine sichere Rolle beim Euroleague-Team auf? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Der eine Spieler, von dem ich denke, dass der Weg zurück in die NBA geht, ist der von Isaac Bonger. Weil Justus Hollatz super früh noch in seiner Karriere, er ist ein großer Point Guard, muss sich erst mal nächstes Jahr bei einem Euroleague-Team beweisen. Das wäre für mich viel zu früh, das jetzt zu kommunizieren. Aber bei Bonger, wenn er mich heute fragt, Owe Under spielt ja noch 0,5 Jahre in der NBA, würde ich sagen, klar, Owe. Ich habe das auch die letzten Wochen, Monate mal gesagt, das ist ein NBA-Spieler, von seinem Körper her, von seinem Können her, der muss halt nur den Dreier treffen. Jetzt waren ein paar freie Dreier dabei, ein paar auch freie Dreier, die in den Gegengang sind, aber man hat zumindest gesehen, hey, auf hohem Niveau, der hat keine Angst, die Dinger zu nehmen, der kann auch mal den Ball nach vorne bringen gegen Druck, der kann defensiv in ganz wichtigen Phasen da sein, der Block gegen Serbien zum Beispiel. Von daher, da würde ich mich festlegen wollen, der hat auch nicht so lang laufenden Vertrag, dass wir den auch mal drüben sehen, weil natürlich 3 in D mit ein bisschen Ballhandling, das wollen alle und ich denke, am Dreier wird auch noch gearbeitet. Bei den Bayern haben sie natürlich auch tolle, tolle, tolle Leute, die sich um die Individual Skills halt kümmern. Ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass Isaac Bang noch mal in der NBA landet. Sonst, aber muss ich ehrlich sein, fällt mir da jetzt erstmal keiner ein. Was Franz Wagner angeht, nächsten zwei Jahren, All-Star, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, super schwierig, weil Orlando müsste halt irgendwie in die Playoffs kommen oder zumindest auf einem Playoff-Rang sein, sage ich mal, oder ganz, ganz nah dran, um, glaube ich, die nötigen Stimmen zu bekommen von den Trainern. Das ist ja die erste 5-Komp ist, glaube ich, relativ ausgeschlossen bei der Konkurrenz. Aber das Problem ist bei den Trainern, bei der Paolo Banqueiros da und er. Also zwei junge Spieler, die eine Menge Last tragen werden. Ich glaube, die werden so diese Stimmen von den Coaches ein bisschen splitten. Und dann denke ich, dass es wahrscheinlich dann eher erstmal nicht reicht. Aber, schon ein paar Mal gesagt, es hat es ja noch mal Over-Under, auch bei ihm, All-Star-Teilnahme, 2,5, 3,5, würde ich auch over gehen. Aber in den nächsten zwei Jahren weiß ich nicht. Also, ich glaube, bei ihm, Dreierquote verbessern, generell, in allen Facetten des Spiels Schritte nach vorne machen, das muss es sein. Und als Team eben Winning Basketball spielen, dann kommt, beziehungsweise ist ja bei der NBA so, dass wenn es um diese einzelnen Awards gibt, der Team Erfolg dich da auch eher hinträgt. Aber das geht Hand in Hand. Wenn Bankero und Wagner, die Spieler verbessern, dann werden die Magic auch besser, dann kommt die Anerkennung und dann kriegen die auch ein, zwei Ortsdachplätze. Herziworld fragt, wo würde der Weltmeister als NBA-Team am Ende stehen? Da waren Smiley dahinter, deswegen beantwortet, relativ schnell. Lottery, natürlich, komplett Lottery, da müssen wir uns nicht irgendwelche Illusionen hingeben. Das ist genau die gleiche Frage in Grün wie, hey, der Euroleague-Meister, was würde der eigentlich in der NBA machen? Die würden mitspielen, die würden ein paar Spiele gewinnen, 20, 25, vielleicht 30, aber am Ende des Tages würden sie in Lottery landen. Das liegt bei der deutschen Nationalmannschaft nicht anders aus. Einfach weil, da sind wir ja uns den intellektuellen Luxus erlauben, zu sagen, wenn Dennis Schröder so eine Rolle hat, wie er sie bei der Nationalmannschaft hat, dann wäre er natürlich auch einer, der in der NBA andere Zahlen auflegen würde. Okay, gar keine Frage. Trotzdem wäre er kein Superstar und kein Franchise-Player in der NBA. Und das gleiche gilt für Franz Wagen, das gleiche gilt für Moritz Wagen etc. Also zumindest stand jetzt in ihrer Entwicklung, dass Franz sicherlich Richtung Franchise-Player gehen kann in den nächsten Jahren. Das, ja, denke ich auch. Aber stand jetzt, wenn das Team jetzt erspielen würde, ja, die würden einfach Probleme haben, irgendwann auch zu scoren, Probleme haben, Leute zu stoppen von einer Lottery und dann relativ früh draften. Oh, jetzt aber kurz meine Auszeit. Ich dachte eigentlich, oh Mann, jetzt komme ich wieder von der WM und, seien wir mal ehrlich, so körperlich, ist da wenig passiert. Ich habe, glaube ich, zweimal wirklich Sport gemacht, schon versucht, ein bisschen was zu laufen, jeden Tag, also nicht zu laufen, schnell zu laufen, sondern spazieren zu gehen und meine Steps zu kommen. Sag, zweimal habe ich mich dann auch fitnessmäßig betätigt, aber ich dachte schon so, okay, also kulinarisch gerade auch, also kulinarisch zum einen in Afoginaba über die Stränge geschlagen, weil es da einfach unglaublich cooles Essen gab und dann natürlich auch im Sushi-Buffet zu sehr zugegriffen habe und zum anderen dann in Manila gab es eben alle US-Fastfood-Etaples-Maus, die man so kennt und die habe ich dann mehr frequentiert leider und ich dachte, boah, da wird sicherlich körperlich einiges in die Binsen gegangen sein, aber ehrlich gesagt ist es das gar nicht so wirklich. Beweichtstechnisch, ich glaube, ich habe ein Kilo zugenommen, das ist vollkommen okay für die Zeit und was ich da zu mir genommen habe und zum anderen, ich fühle mich auch jetzt, Jetlag, habe ich eigentlich gar keinen gehabt, ich fühle mich frisch, ich bin da und ich schreibe das einfach auch jetzt mal bionic.com zu, denn ich bin ja jemand, der mit Jetlag und so öfter in Kontakt kommt jedes Jahr und jedes Jahr knallt es mich erstmal aus den Socken, wenn ich wieder nach Hause komme oder es knallt mich aus den Socken, wenn ich nach USA komme und eigentlich bin ich ja jetzt auf eine weirde Art und Weise von Manila nach Deutschland geflogen und das ist ja eigentlich der Weg, den ich ja sonst von Deutschland in die USA nehme und da bin ich immer so drei, vier Tage dran, dass ich abends um sieben ins Bett falle und bin fertig und das hätte ich jetzt hier gar nicht und ich glaube, es liegt auch mit an bionic.com, weil ich eben meinen ganzen Haushalt jetzt im Griff habe mit diesen ganzen Defiziten, ich habe es ja mal gezeigt nach dem ersten Bluttest, was für mich alles gefehlt hat und jetzt habe ich mir direkt, als ich zu Hause war, den zweiten Bluttest bestellt, das ist soweit, nach zwei, drei Monaten sollen wir das machen, ich hoffe, der kommt jetzt nächste Woche, dann teste ich nochmal, schicke das alles nochmal ein, ich hoffe, meine Frau behandelt meinen Finger dieses Mal ein bisschen anders, letztes Mal, als sie da einmal voll drauf gedrückt hat, naja, andere Geschichte, jedenfalls, ich bin echt gespannt und ich nehme natürlich mit, ich zeige euch das dann auch, wie es gelaufen ist, aber sagt, dass diese Mikronährstoffe komplett auf mich zugeschnitten sind und ich jetzt eigentlich keine Defizite mehr haben sollte, denke ich, irgendwie habe ich das Gefühl, das zeigt sich gerade, vielleicht ist es aber auch ein Confirmation Bias, kann sein, ich werde es rausfinden und ich werde es euch auch erzählen, wenn ihr aber denkt, das reicht mir schon, ich brauche gar keine großen Zahlen und Daten, so bin ich nicht drauf, dein Wort ist mir genug, ja, dann könnt ihr auf bionic.com gucken und dann mit dem Code dankmit50 kriegt ihr 50 Euro Rabatt auf die Zusammenstellung eures eigenen Nährstoffmixes, von daher, ja, checkt's aus, ansonsten wartet noch, bis meine Ergebnisse da sind, ich will wahrscheinlich ihr Letzteres tun, aber ihr seid alt genug, das selber zu entscheiden. Weiter geht's, Florian Bühler fragt, mich persönlich nerven die unzähligen amerikanischen Kommentare in den sozialen Netzwerken, dass die WM ohnehin nichts zähle und das LeBrons Dream Team im kommenden Jahr locker Olympiasieger würde, diese Menschen lassen da vielleicht den Unterschied von NBA und Fieber außer Acht, auch stelle ich es mir schwierig vor, im kommenden Jahr zwölf Superstars mitzunehmen, die individuell natürlich mehr Klassen mitbringen, aber alle auch gerne den Ball in der Hand haben. Wie geht es dir dabei? Ja, da wurde natürlich eine Menge geschrieben, eine Menge Sachen, wo ich auch denke, das ist ein bisschen Blödsinn, allerdings in beide Richtungen, also, wie so oft, wenn man sehr emotional was diskutiert, eine sehr starke Meinung vertritt, muss man schon gucken, ob man da auch sich so in der Realität bewegt und viele tun das nicht. Fangen wir vielleicht mal vor. Also, dieses Team USA wurde mir vor der WM zu schlecht gemacht. So, und jetzt im Nachklapp sind diese Stimmen natürlich, oder fühlen sich bestätigt, nochmal so, hey, das war eine scheiß Truppe, da haben sie das C-Team geschickt, die haben jetzt natürlich auch entsprechend verloren und das wusste ja jeder, weil eben LeBron und Curry und wie sie alle heißen nicht mit dabei waren. Auch wenn natürlich die Ergebnisse jetzt, so eine Einschätzung, irgendwie das Wort sprechen, muss ich schon sagen, nee, ist falsch. Ist einfach falsch. Das ist eine Mannschaft, dieses Team USA gewesen, die im Endeffekt drei Spiele verloren hat, wenn ich es nicht verzählt habe, gegen Litauen, gegen Deutschland und gegen Kanada. Nach Verlängerung gegen Kanada, knapp gegen Deutschland und am Ende auch, ja, das war nicht super knapp, aber auch relativ knapp, dann gegen Litauen. Und zwei von diesen drei Spielen, Litauen und Deutschland, waren eben Spiele, wo, meine Herren, also, da hat sich der Gegner einfach in offensiv einen Rausch gespielt, Fabelquoten geschossen und da haben sie das Spiel gewonnen. So, ähm, das letzte Spiel, eine Verlängerung, hat man sich auch noch so reingerettet mit dem Dreier von Mikel Bridges da unten aus der, aus der linken Ecke, ähm, also links von da, wo ich saß, in meiner Baseline. Ähm, aber natürlich auch gegen eine Mannschaft, die, ja, eigentlich auch nicht nur NBA-Stars dabei hat, aber natürlich eine Menge NBA-Stars in Kanada. Ähm, warum ist das wichtig? Also, muss man schon mal drauf gucken, was wirklich jetzt da genau, ähm, warum die verloren haben, wieso die verloren haben, so. Und ich sage nach wie vor, das war eigentlich eine, eine gute Truppe. Das war, würde ich heute noch sagen, der WM-Favorit. Sie hatten halt nur das Pech, dass sie im Halbfinale gegen Deutschland gespielt haben. Eine Mannschaft, die an dem Tag, ich weiß nicht, was wir gemacht haben, äh, im Sinne von, dass wir so durch die Barmweg gespielt haben, ne, das war ein wahnsinniger Auftritt, ne, wenn ihr euch die Wurfquoten anguckt, von beiden Seiten, dann hätte eigentlich, rein jetzt vom, vom Werfen her und von, von auch den absurden, äh, Würfen, die da reingegangen sind, das absurde Shopmaking, hätte eigentlich niemand verdient gehabt zu verlieren, aber irgendwer muss natürlich im Basketball gewinnen und dann war das eben Deutschland am Ende. Gott sei Dank war es Deutschland. Aber, nochmal, das war jetzt nichts, wo man sagen würde, hey, die Truppe, wie sie zusammengestellt war, hätte nicht verdient, ins Finale einzuziehen. Aber, hier kommt ein Diskrepanz ins Spiel, die ich, die ich wirklich, äh, wichtig finde. Alle, die danach gesprochen haben darüber, oder viele, sagen wir mal viele, alle ist immer ein Wort, was eigentlich immer falsch ist. Also, viele, viele, viele Leute haben geschrieben, LeBron muss mit und Curry muss mit und Lillard muss mit. Und das kann nicht sein, dass wir nicht die besten Leute schicken, ähm, dann hätten wir das Ding locker gewonnen. Nur, da frage ich mich natürlich, hm, was erwartet ihr eigentlich von Leuten wie LeBron, von Curry, von Lillard, was sollen die eigentlich für Quoten nageln gegen Deutschland, um dieses Spiel zu gewinnen? Also, rein offensiv, was, was jetzt hätte man offensiv dieser Truppe irgendwie vorwerfen können gegen Deutschland? Wenn wir ganz ehrlich sind, nichts, gar nichts. Da, wo man Vorwürfe machen kann und muss, und das, wo der große Knackpunkt war, ist das, was ich auch vor der WM, was ja ein Blinder gesehen hat, der auf dieses Team guckt hat, mal drauf gesagt, die sind zu klein, die haben nur einen, sagen wir mal, Veteran auf Center, Walker Kessler, junger Mann, das war so mehr oder weniger für ihn so, dass er mit der Stallgeruch bekommt. Wo ist, wo sind so die traditionellen Powerforwards? Jetzt kommt man nicht mit Bobby Portis, ne, ähm, wo sind die Jungs, wo man sagt, na gut, also wenn wir jetzt vier switchen, die können es auch mal aufnehmen mit einem 2-11-Mann, äh, 2-8-Mann. Da waren relativ wenige dabei und genau das war die große Achillesferse, ne, Austin Reeves, ein Beispiel. Guter Mann, auch defensiv in der NBA, gar keine Frage, aber da wird er nicht unbedingt damit beauftragt, einen Joe Vogtmann oder einen Johannes Thiemann im Post zu verteidigen, weil das ist dann für ihn auch irgendwo keine wirklich leichte Aufgabe. Ähm, das gleiche, äh, kann man auch sagen über Paolo Banquero. Das ist ein toller Offensivspieler, der wird sicherlich auch mehrmals All-Star werden in seiner Karriere. Ist er ein Small-Ball-Center, der sich dann mit gestandenen Big-Men in der Fieberwelt messen sollte? Ne, mit Sicherheit auch nicht. So, ähm, von daher, da war das Problem. Deswegen haben die gegen Deutschland verloren. Deswegen kam Deutschland auch so in diesen Rausch mit rein, weil da eben auch viele Abschlüsse waren, wo sich die deutsche Mannschaft oder auch die litauische Mannschaft oder auch die kanadische Mannschaft einfach mit wohlgefühlt haben. Und weil es eben auch defensiv Spieler gab, Anthony Edwards, we are all looking at you. Tja, keine Ahnung, was er sich da gedacht hat gegen Deutschland, aber das war abgrundtief schlecht zu beginnen und nicht nur zu beginnen, sondern auch so durchs Spiel durch. Und, ähm, das war auch schon gegen den Fall Schlittern zu sehen, ähm, dass da einfach Fehler gemacht wurden, die nicht gemacht werden dürfen auf so einem Level, egal wer du bist. Fakt ist aber, dass es nicht am Angriff lag. Denn was erwarten wir, wie gesagt, was für Quoten absurde, was die 90 Prozent aus dem Feld werfen, wenn, wenn LeBron und Curry und Liddert kommen? Nein. Es geht darum, dass ein Team USA, was nächstes Jahr gewinnen soll bei Olympia, defensiv nicht diese Sollbruchstellen hat. Und da helfen natürlich auch Namen auf den Spieler, allen voran Anthony Davis. Aber, das ist eben, ne, ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir brauchen da jetzt zwölf Mann, die, äh, die alle schon zehnmal All-Star waren, sondern wir brauchen eine Mannschaft, die besser dafür gerüstet ist, was da kommt. Die Grundeinstellung, dass man sagt, wir wollen natürlich, aber trotzdem eigentlich eine ziemlich variable Truppe haben mit langen Flügeln, die mal im Notfall tief verteidigen können und mal auch mal draußen den Point Guard verteidigen können. Das ist ja nicht schlecht. Das macht ja alles Sinn. Nur du brauchst eben noch wahrscheinlich einen Big Man mehr. Du brauchst vielleicht noch ein, zwei noch Verteidiger auf den kleineren Positionen mehr, also Point Guard mäßig. Aber dann ist dieses Team, auch wenn der Grundstock jetzt das wäre, was man dieses Jahr gesehen hat beim Team USA, dann wäre das Team wieder Titelfavorit. So. Und ich möchte mal eine These in den Raum werfen, was immer nachhaltig hätte, wenn man könnte, aber man sieht, welche Probleme Deutschland zum Beispiel auch im letzten Viertel am Ende hatte, gegen die USA zum Korb zu kommen, als Jaron Jackson Jr. drauf. Ich weiß, viele haben ihn so ein bisschen ausgemacht als das Problem und so. Ist nicht meine Meinung. Meine Meinung ist, um das ist hoffentlich auch relativ klar, dass Jaron Jackson Jr. eigentlich Teil der Lösung war für das Team USA. Nur er hatte eben niemanden neben sich und war ziemlich alleingelassen und hatte ein paar kleinere Spieler, die einfach gepennt haben. Und dann wird es halt schwer. Von daher, ich bin überzeugt davon, wenn du Anthony Davis in dieses aktuelle oder gerade bis eben aktuelle Team USA gepackt hättest, dann wäre er die Weltmeister geworden. Nicht, weil Anthony Davis 100 Prozent aus dem Feld geworfen hätte und 8, 17 von der Dreierlinie, sondern weil mit Anthony Davis ein zweiter Big Man gewesen wäre, ein zweiter Ringbeschützer, ein switchable Big Man, einer der besten defensiven Partei, die wir haben auf der Welt. Und wenn du den vielleicht noch neben Jaron Jackson stellst, dann müssen deine Center schon ziemlich viele Dreier treffen, damit das ausgeglichen wird, dass die unterm Korb einfach mal quasi eine Flugverbotszone da einrichten. Nach Fieberregeln, wo sie auch nicht in 2,9 Sekunden wieder raus müssen aus der eigenen Zone. Von daher, die Überreaktion, die wir jetzt da haben oder sehen, das ist schon real. Aber gut, das kommt sicherlich auch, also ich würde vermuten, dass es auch aus dem Camp von LeBron kommt, denn wenn dann Leute wie Shams und so schreiben, naja, jetzt LeBron hat jetzt gesagt, er ist nächstes Jahr dabei oder hat es angedeutet, das wird ja nicht irgendwo an der Klotür gestanden haben, sondern das wird der gute LeBron über seine Quellen, wie gesagt, Shams Charania ist in der gleichen Agentur beheimatet wie bei Klatsch, da kann man ja 1 zu 1 zusammenzählen. Die Frage ist aber, was wäre denn so das beste Team USA nächstes Jahr? Und bevor ich dazu komme, wen ich hier aufgestellt habe, wenn ich jetzt Grant Hill wäre, der ja quasi das Team beruft als Manager, vielleicht noch eine Sache zu diesen 12 Stars können nicht zusammen gewinnen. Naja, zum einen die ganze Nummer hat ja mal angefangen 1992 und das waren wahrscheinlich die 12 größten Stars, die der Basketball zu dem Zeitpunkt hatte, außer Shaq. Hat ganz gut funktioniert. Gut, auch weil der Rest der Welt natürlich längst nicht auf dem Level war, wo er jetzt ist, im Vergleich, Abstand zu den Amis, aber naja. Dann haben wir über die Jahre Redeem Team haben wir gesehen, das waren 12 Stars, bis auf vielleicht Michael Redd und Carlos Buzon glaube ich dabei. Aber das hat auch funktioniert. Das Ding ist einfach, wenn du dich committest, da mitzuspielen, dann musst du dich auch committen, das Thema hatten wir auch in Deutschland, dass du eben eine gewisse Rolle spielst. Es gibt ja nun mal nur diese ein, zwei Star-Rollen und dann gibt es halt die Rollenspieler, was ja irgendwie so ein blöder Begriff ist. Eigentlich spielt ja jeder eine Rolle, selbst der Star spielt eine Rolle. Und da musst du dich halt reinfinden. Und das können namhafte Spieler sein, müssen sie aber nicht. Aber es ist eben nicht gesagt, dass nur bei zwölf Spielern in der NBA, was ich, 30 Millionen verdienen und jeder gewohnt ist, 20 Mal auf den Kopf zu werfen, dass die das nicht können in einem anderen Setting. Das muss man vorher erklären und natürlich müssen die es annehmen. Aber jetzt so dieses immer von vornherein zu sagen, naja, die Stars, die Stars spielen alle nur einzeln, naja, ganz so ist es nicht. Wie gesagt. Und auch alle, die gesagt haben, die Amerikaner, die Offensive von denen ist so blind. Guckt euch die Quoten gegen Deutschland an. Die haben nicht das Spiel in der Offensive verloren. Das ist ein Ammen-Märchen. Jedenfalls, wenn ich jetzt gucken sollte, wenn ich jetzt Grand Hill wäre, ich würde sagen, Grand Hill, trink mal eine Spreit, zieh mal deine viele Schuhe aus, stell mal hier am Kamin ein Zwölfer-Team zusammen, was nächstes Jahr Olympia gewinnt. Und ich würde jetzt auch so ein bisschen das große Bild sehen. Also ich würde sehen, okay, wir hatten jetzt ein Team USA, wie gesagt, die erst stellen, was sie gut gemacht haben, stellen, ist auch gar nicht gut. Ich weiß, wir müssen größer werden. Ich weiß, ich möchte auch niemanden mitnehmen, der zu alt ist, weil so eine Belastung nach einer langen NBA-Saison mit dem Trainingslager, und vielleicht können wir auch mal eine Woche vorher anfangen mit trainieren. Das würde ich keinen nehmen wollen, der jetzt wirklich schon Ende der 30 ist. Also jemand wie LeBron ist in dem Fall auch schon mal raus. Dann würde ich sagen, okay, Leute wie Coal Leonard sind eigentlich auch raus, oder Paul George, weil die sind verletzungsanfällig. Ich will ja nicht die mit Samtanschulen anfassen müssen, wir müssen anstiegend auch trainieren. Ich will ein Team haben, wie gesagt, wo die Alten und die Angeschlagenen einfach nicht mit dabei sind. Und dann will ich ein Team haben, wo ich natürlich weiß, ich habe Leute, die switchable sind, ich brauche viele, viele Schützen auf dem Feld, immer. Ich brauche nicht fünf Schützen, aber schon Leute, die entweder werfen können oder mit dem Ball anhand was anfangen können. Und ich will auch noch ein paar Leute dabei haben, die auch schon dieses Jahr dabei waren, weil ich einfach denke, das ist wichtig, eine gewisse Kontinuität zu haben. Gleichzeitig möchte ich aber auch Leute abstrafen, die von meinen Begriffen dann stellen, weil sie in der entscheidenden Situation nicht da waren, wo ich sie erwartet hätte. Und ich habe da ein bisschen rumgespielt, das war jetzt auch relativ schnell, habe da 20 Minuten dann jetzt im Gesessen. Aber das wäre meine Top 12, mein Team, was ich mitnehmen würde. Und wie immer bei solchen Sachen, weil das toll ist für die Algorithmen, sage ich, wenn ihr andere zwölf Spiele habt, haut sie mir gerne überall wohl, dass ihr seht in die Kommentare. Also, meine erste fünf, um nächstes Jahr Olympiasieger zu werden, wenn ich Grand Hill wäre und für das USA Basketball, Team USA zuständig wäre. Und, achso, habe ich noch vergessen, Leute, die noch nicht committed sind, also Joel Embiid seht auch aus. Klar, wenn der dabei ist, ist der überall dabei. Das gilt aber auch für Kamerun und für Frankreich. Egal, das wäre meine erste fünf. Drew Holiday und Steph Curry im Backcourt. Ich sage bewusst Backcourt, weil wer den Ball nach vorne bringt, ist mir relativ egal. Steph Curry spielt so viel Aufbau, das wäre sicherlich auch der Fall. Da muss jetzt nicht irgendwo Point Guard Label dran kleben oder nicht. Auf den Flügelpositionen, also die beiden Forwards wären Mikael Bridges und Jason Tatum. Also Bridges wäre dabei, kann auch in der Konstellation, was ja auch jetzt schon stimmig war, aber stimmig war, das Heft immer noch mal offensiv, aber er kann sich hier natürlich voll darauf konzentrieren, 3 and D. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Und mit Jason Tatum habe ich mit jemandem, wie groß ist er, 2, 6, 2, 8, der auch in der Lage sein sollte, gegen Größere ein bisschen besser gegenzuhalten. Und als Center, ja, Anthony Davis. Ich denke, das ist alternativlos. Jetzt werden einige sagen, immer mal Verletzungen, bla, 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 bla. Ja, das ist vielleicht so das eine Ding, wo ich ein bisschen meine eigenen Regeln ein bisschen biege, aber sehen wir Tatsache ins Auge. Die Amerikaner haben nicht so viele tolle Big Men. Und ich weiß, einige werden jetzt schon schreien, was ist ein Bermadebayo? Ist er gestorben? Nein, ist er nicht. Aber ihr werdet gleich sehen, wenn ich andere Spieler vielleicht habe, die ich auch einwechseln kann, also mit zwei größeren Spielen, einer von beiden muss werfen können und das, da ist ein Bermadebayo einfach ein bisschen zu unsicher. Außerdem wird Bermadebayo nicht so diese Ballhandling-Aufgaben übernehmen können, wie er das bei den Heat tut, weil das Spiel in der Fieber einfach ein anderes ist. Also das ist dann einfach das weniger Platz da. Von daher, Holiday, Curry, Bridges, Tatum, Davis und meine erste Fünf. Allerdings ist erste Fünf hier auch eigentlich relativ egal, wer da anfängt, weil du kannst die Leute ja blind reinwerfen, du musst nur gucken, dass die Mischung halt stimmt mit den Schützen, mit der Physis. Von der Bank da, komm, Tyrese Halliburton, ich weiß, alle haben gesehen, wie er da an André Obst vorbeigerutscht ist, aber wenn er auf dem Feld war, eigentlich absolut gute Werte gehabt, gerade plus und minus hat man, glaube ich, Lukas Feldtus geschickt gehabt, hätte ich lieber dabei in dem Fall jetzt als Jayden Brunson, der so ein Plus und Minus nicht so richtig gut war. Devin Booker wäre dabei, tolle Länge, toller Scorer, auch in allen Ebenen, auch wichtig, dass man nicht nur die Schützen hat. Jimmy Butler wäre für mich dabei, weil auch hier, er kann sein Dreiertreffen und so ankommen, das haben wir auch in den Playoffs gesehen, auch mit relativ hohem Volumen, aber er ist jemand, der verschiedene Positionen verteidigen kann, die Physis hat, attackieren kann auf verschiedensten Arten und je nachdem, wo der Gegner dir in der Fieber die Räume lässt, Jimmy Butler kann da reingehen und kann da scoren oder den Ball weitergeben. Jayden Brown war auch noch mit dabei, einfach als kranker 3-&-D-Spieler, muss nicht viel dribbeln in der Fieber, auch ein Vorteil. Aber wichtig sind die großen Positionen und hier ist vielleicht dann noch eine Überraschung eingebaut. Ich habe Draymond Green dabei, aber das ist gar nicht die Überraschung. Draymond Green habe ich dabei, einfach um zu sagen, okay, komm, ist das ein guter Dreier-Schütze? Nein. Kann er mal einen Dreier nehmen? Ja. Aber er ist jemand, der, Spielintelligenz mitbringt, ist auch natürlich ein kleinerer Big Man, sein, was ich, 2,1 Meter oder 1,98 Meter, aber kann eben auch mal Täuschung geben, penetrieren weiter, kann aus dem Short-Roll attackieren. Ich meine, Daniel Theis, was ist, drei, vier Zentimeter größer, also da ist kein großer Unterschied. Aber ihn zu haben, auch als emotionaler Leader, der defensiv auch die Kollegen mitnimmt und in die Verantwortung nimmt, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und dann die anderen beiden Big Man, die dabei sind, die kommen euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr die WM verfolgt habt, Jaron Jackson Jr. und Walker Kessler. Warum? Kessler, junger Mann, schon gerade angesprochen, es gibt nicht so viele tolle, junge, amerikanische Big Man, da kommen es auch ja einige nach, wenn ich richtig sehe, was da jetzt schon wieder auf Twitter, Draft Twitter geschrieben wird, aber Walker Kessler jetzt weiter auszubilden, auch vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit zu geben, fände ich keine schlechte Nummer. Und Jaron Jackson, hey, nochmal, ich fand nicht, dass es an ihm lag, Sondern in den Momenten, wo er drauf war, aber der Rest halt guten Druck am Ball generiert hat, da war das wahnsinnig schwer, da zum Kopf zu kommen und gegen ihn auch zu scoren. Und wenn man jetzt überlegt, er trifft seinen Dreier ja, wenn er und Anthony Davis auf dem Feld sind, du defensiv ein bisschen besseren Plan hast, wie du deine Big Man positionierst und wie sie sich bewegen und wann du switchen, wann nicht. Mit den beiden auf dem Feld, da muss der Gegner aber schon einen echt guten Tag von der Dreierlinie haben, wenn das noch laufen soll. Von daher, ja, ich würde mit Davis, Jackson, Junior, Kessler da unten rangehen, Tatum und Green. Man kann auch Green mit Davis paaren, Green mit Jackson paaren, Green und Kessler vielleicht nicht unbedingt, aber auch das dürfte man irgendwie hinbekommen. Sicherlich würden nicht alle auch nicht gleich viel spielen, ist auch klar. Aber mit der Truppe habe ich eigentlich alles. Und wie gesagt, LeBron mitzunehmen, sind wir auch mal ganz ehrlich. Wenn jemand wie LeBron James hier mitspielt, nächstes Jahr in Paris, dann ist das weniger wegen der absoluten Leistungsfähigkeit. Ich meine, er ist immer noch ein wahnsinniger Spieler, da müssen wir nicht drüber reden, aber wenn so einer dabei ist, dann ist er wegen Geld dabei. Dann ist, man will ja auch Trikots verkaufen, etc. Das wäre meine Truppe. Holiday, Curry, Bridges, Tatum, Davis, Halliburton, Booker, Butler, Brown, Green, Jackson und Kessler. Und damit wird man Weltmeister. Aber wie gesagt, ich glaube, selbst dieses Jahr to Anthony Davis da rein und die Sache sieht ein bisschen anders aus. André fragt, in den serbischen Medien wird gewettert, dass ihnen der WM-Titel geklaut wurde von den Schiedsrichtern. Ich habe das Spiel jetzt nochmal angesehen und kann da auch mit etwas Abstand keine extremen Benachteiligungen feststellen. Wir hoffen zu den Leistungen der Referees im Finale ein. Ich weiß nicht, ob ich emotional wirklich jetzt auf einem Level war, wo ich wirklich total nüchtern das hätte bewerten können. Stellen wir uns auch ein bisschen Tränen in den Augen und dann sieht man nicht mehr ganz so gut. Aber die Sachen, über die ich mich jetzt ein bisschen mockiert habe, wo ich dachte, es kommt ein bisschen komisch vor, das war jetzt alles handelsüblich. Von daher kann ich jetzt keine Extreme benachteiligen, die eine oder andere Richtung erkennen. Was die Medien in Serbien angeht, mein Serbokratisch beschränkt sich eigentlich auf Jebote, glaube ich, wenn ich das überhaupt richtig aussprochen habe gerade. Von daher würde ich mir jetzt nicht rausnehmen zu sagen, da hat irgendwie höchst seriöse, keine Ahnung, die FATS oder die SSZ der Serbiens hat das geschrieben. Und wenn dann irgendwelche Medien wie die serbische Bild oder die serbische Morgenpass sowas schreiben, der serbische Express, ja, das ist okay. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die auf Twitter oder in der Kneipe auch ähnlichen Blödsinn erzählen. Da kann ich auch nichts machen. Von daher weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es fundierte Basketballstimmen waren, die das gesagt haben. Mir ist davon nichts bekannt, wenn es vielleicht auch nationalistisch geprägte Boulevardpresse war, die da jetzt halt dann sich abarbeitet dran. Auch okay. Ich habe auch da jetzt vor Ort nichts vernommen, dass das großartige, dass Veslau Pejic oder die Spieler der Serben irgendwie da das amokiert hätten. Aber wie gesagt, ich habe auch nicht viel mitbekommen. Wenn ihm so sein sollte, schickt mir das gerne mal durch. oder wenn ihr wisst, welche Medien das waren. Aber ich denke, da ist relativ wenig dran, ehrlich gesagt. Timo fragt, mir hat dir die WM insgesamt gefallen vom Niveau. Wie hat sich deiner Meinung nach der Weltbasketball entwickelt, wenn du auf vergangene Turniere zurückblickst? So eine ähnliche Frage, glaube ich, letzte Woche schon. Ich kann mir nicht anmaßen, jetzt die ganze WM zu bewerten. Ich habe, wie gesagt, die Forum auf Okinawa gesehen und dann jetzt eben die Medaillenrunde. Aber da war jetzt nichts großartig Überraschendes. Also Five Out ist natürlich in der Regel das, was man spielen möchte. Allerhöchste Gefühl manchmal One In. Hohes Pick'n'Roll. Ja, wo es da die Entwicklung ist. Ich sehe da wie keine Entwicklung zu irgendwas, wo ich sage, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Man sieht natürlich, dass bestimmte Mannschaften ein bisschen anders spielen für das oder für das Personal, was sie da halt haben. Das ist ja auch richtig so. Also spielen nicht alle halt in dem Sinne komplett knopst, sind nicht gleich. Das ist natürlich nicht. Aber am Ende wüsste ich nicht, dass da irgendwie jetzt eine großartige taktische Knifterheit rauskam, den ich vorher nicht gesehen habe. Was man, glaube ich, sagen kann, das Skill-Able in der Welt steigt eben auch. Gerade was so den Wurf angeht, das Dribbling angeht. Sicherlich gab es auch eine Menge Spiele, die super klar waren, aber es waren die und war echt ein paar Zwerge mit dabei. Die größte Diskrepanz vergangenen Turnier, das wäre einfach, wie gesagt, dass der Skill-Level wächst, dass noch mehr nach draußen sich alles verlagert, dass viel gescored wurde. Aber jetzt irgendwie taktisch da eins, zwei Maßnahmen zu nennen, da fehlt mir, glaube ich, auch der Überblick jetzt durch, über das ganze Turnier. Kordo Benhausen fragt, ich sehe auf den Instagram-Kaviaren, ich glaube, was wahrscheinlich Profilen wahrscheinlich heißen, Instagram-Profilen, zum Beispiel von Maxi Kleber, von Jonas Wohlfahrt-Bottamann, Tibor Pleiß, etc. Keine offiziellen Glückwunsch-Posts an das Weltmeister-Team. Schon etwas verwunderlich, oder? Maxi wird auf IG, also Instagram, auch übel angegangen wegen der Geschichte. Weißt du, ob im Hintergrund Glückwünsche beim Team angekommen sind? Also das weiß ich natürlich nicht, ich habe ja nicht die Handys von den Spielern in der Hand. Ich weiß aber zum Beispiel mein Tibor Pleiß, das weiß ich, weil er mir relativ früh immer angezeigt wird in meinen Storys bei Instagram, dass er geschrieben hat, wie Wahnsinn Jungs oder sowas in der Richtung in seiner Story. Storys verschwinden natürlich nach 24 Stunden wieder. Maximilian Kleber, ich glaube, er ist gar nicht wirklich so krass aktiv auf Instagram, was ich da sehe während der Saison, eigentlich nur so zu repost, wenn halt die Mavericks irgendwie posten, wie er angekommen ist in der Arena mit seinem Outfit, dann repostet er das. Letztes Jahr, als er diesen einen Game-Winner hatte, war da ein bisschen was zu sehen von, aber eigentlich ist da jetzt nicht wirklich groß irgendwas, das ist jetzt kein Instagram-Account, was mir den Tag versüßt. Da gibt es eh wenige, aber Maximilian Kleber macht da relativ wenig. Wo, wo, folge ich auch, aber ich glaube, der ist nicht wirklich weit vorne bei mir in den Storys und so, von daher wüsste ich das gar nicht. aber ganz ehrlich, ohne jetzt dem Kordo hier zu nahe treten zu wollen, Alter, das ist Instagram, ne? fuck Instagram, fuck Twitter, fuck diese ganzen Grüße-Onkels, die sich da immer hinstellen und zu jedem Scheiß gratulieren und irgendwie einfach um ein, zwei Likes mitzunehmen oft. Weil so kommt es mir halt oft vor. Ich will jetzt nicht jeden da jetzt in den Dreck treten, aber es gibt so manchmal Leute, die einfach so, quasi jeden Tag irgendwem gratulieren, der Geburtstag hat. Michael Jordan hat Geburtstag, ey, du bist der Größte. Das ist sowas in dieser Richtung oder keine Ahnung, irgendwer im Tennis gewinnt, oh, großartige Leistung. Ich meine, klar, ich will nicht sagen, dass das alles irgendwie nur Effekthascherei ist, aber das ist halt Twitter, das ist halt Instagram, das ist Facebook, Meta, wie es alles heißt. Das ist alles irrelevant. Das ist total irrelevant. Von daher, was da Maxi Kleber, Jonas Wohlfahrt-Bottermann, was Tibor Pleiß, was Basti Doreth oder sonst wer da machen, who cares? Und wie gesagt, keine Sau weiß, ob der eine oder andere nicht noch irgendwie in der WhatsApp-Gruppe zur Amtschaft dabei ist und da irgendwie geschrieben hat oder Leute persönlich angeschrieben hat. Einfach weil, ich sage, das ist wie dieses Sprichwort, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Klar kannst du einen Heiratsantrag machen vor dem Rest der Familie oder irgendwie auf irgendeiner Party vor den Leuten rumknutschen. Ist für meinen Begriff immer mehr schein als sein und eher so ein bisschen peinlich. Da wir nicht wissen, was in der verschlossenen Türen abgeht oder in der Privatsphäre, weil es eben privat ist, sollten wir uns darüber nicht markieren. Und selbst wenn es da jetzt auch keine, was ich, offiziellen Glückwunsch-Mails gab oder so, na und, kann sein, dass das darauf hindeutet, dass es da irgendwie einen Riss gibt oder einen Bruch oder sonst was. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich auch scheißegal. Von daher, ich würde sagen, das ist eine ziemliche Non-Geschichte und Leute da jetzt anzugehen auf Instagram, aus welchen Gründen jetzt auch immer, da gibt es ja die wildesten Auswüchse. Leute verlieren Spiele, haben ja auch schon Spiele erzählt und dann gucken sie in die Instagram-DMs und werden sie da von Leuten durchbeleidigt, weil sie ein Wetter auf das Team laufen hatten und dann haben sie verloren und dann haben diese Idioten nichts Besseres zu tun, als den Profis dann da auf Instagram zu schreiben, Ficker, ich habe 150 Euro verloren, weil du so eine Wurst bist. Da muss man sich wirklich auch fragen, Alter, also was läuft eigentlich hier wirklich alles so falsch? Von daher, das sind so Geschichten, fuck off. Das ist Non-Stories komplett. Flori fragt, was hältst du von der kompetierten Verpflichtung von Serge Ibaka? Ich glaube ja, Serge Ibaka, aber gut, Serge Ibaka durch den FC Bayern Basketball, ja, Autokorrekt ist manchmal, passt witzig. Ja, kommt natürlich ein bisschen überraschend. Ibaka hatte ja auch ein älterer Spieler. Ich bin echt gespannt. Ich wollte ja mit Peer auch kurz drüber gesprochen, was der noch leisten kann. Wir hatten das ja schon mal auch so in den 90ern, dass dann verdient der NBA-Star so Mitte 30 noch mal eine extra Runde genommen haben, Dominik Wilkins zum Beispiel, über Europa und dann noch ein paar, damals waren sie keine Euro, meistens Drachmen mitgenommen haben. Bin gespannt, was er noch drauf hat. Aber so als Stretch Bigman, denke ich, kann natürlich noch funktionieren. Ich denke auch, wird auch athletisch noch einiges im Tank sein, dass er auch noch ein paar Rebounds greifen, ein paar Würfe blocken kann. Aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass Hershey Baka hingeht und die Euroleague her spielt. Das würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn ich ehrlich bin. Dirk Hulles fragt, kannst du konkrete Stellschrauben nennen, die der DBB vor einigen Jahren in der Jugendarbeit umgestellt haben muss? Wodurch jetzt auf einmal so viel talentierte deutsche Basketballer vorhanden sind. Zu Dirk Nowitzkis Zeiten war das ja noch anders. Da muss man direkt vorweg sagen, das war nicht allein das Tun des DBB, sondern es gab, ich habe es an mehreren Stellen auch schon ausgeführt, es gab ein totales, also wir haben wirklich Rockbottom gehittet. Gott, das rede ich auch schon so. Also wir haben einen absoluten Tiefpunkt gehabt. Schöne Grüße an Rudi Völler. Anfang der 2000er, als wirklich die BBL gesagt hat, ja, das ist ein bisschen schwierig jetzt hier mit dem Bosmann-Urteil und Contenu, was es da nicht alles gab. Bevor wir uns irgendwie so rein legal, sportrechtlich in den Besuchel gekommen, sagen wir mal lieber, wir machen die ganze Liga auf, ihr könnt mit zwölf Amis spielen, who cares, scheiß drauf, Hauptsache das Hauptspielen und Basketball, Hauptsache uns da klagt keiner. Und das war eine Katastrophe. Das war eine Katastrophe für den Nachwuchs. Es gab keine Schutzräume mehr für junge Spieler in der BBL Fuß zu fassen. Es gab auch keine Perspektive, wenn du junger Spieler warst und du wusstest, okay, ich bin jetzt nicht Dirk Nowitzki, aber ich will daraus vielleicht einen Beruf machen. Wie viele Arbeitsplätze gibt es denn eigentlich in der BBL für Deutsche wie mich? Und da hat man gesehen, da spielen Johnson, Jackson, Wolodowicz und Ivcic. Ich sehe da keinen, der meinen Weg gegangen ist oder ganz, ganz wenige und die spielen nicht. Ich glaube, ich mache lieber was anderes. Das war einfach eine katastrophale Zeit und man hat Gott sei Dank dann relativ schnell auf den Trichter gekommen und gesagt, okay, wir müssen irgendwie ein System einbauen, dass wir wieder Deutschen diese Räume geben in unserer eigenen einheimischen Liga. Ich weiß, das hat dann für viele immer so ein bisschen dieses protektionistische und sogar Ausländer, mir wurde sogar mal von jemandem, also Ausländer, als ich gesagt habe, wir brauchen diese Quoten, wir brauchen diese Schutzräume, habe ich gesagt, das ist ausländerfeindlich und ich wäre ein Nazi. Ja, ja, auch solche Leute muss es geben. Jedenfalls, als man angefangen hat, okay, wir müssen diese Quoten schaffen, eben diese Räume für die Deutschen. Da gab es ja auch Backlash, wohl gesagt, Per Günther hat es auch heute beschrieben. Wenn wir einen Deutschen dabei haben müssen, wenn wir vier Deutsche auf dem Anschlussmeldebogen haben müssen und dann kommen die Blinden, die wir jetzt hier haben und dann wollen die viel mehr Geld dafür haben, weil die wissen ja, dass wir Deutsche brauchen. Das war so das Argument damals gegen die Quote, was natürlich ein Scheißargument war und einfach nur ein Argument aus Geldsicht und nicht aus Big Picture Sicht, wie kommen wir hier als Standort weiter. Aber natürlich musste damit Hand in Hand gehen, wenn man diese Freiräume geschafft hat, schafft man, dass man auch Spieler produziert, die über kurz oder lang diese Räume besetzen können und eben nicht nur mit dem Bus mitfahren und mit ihrem Pass im Fenster wählen, sondern eben auch Basketball spielen können. Und deshalb braucht es eben ein besseres System als das, was wir vorher hatten in der Jugendausbildung und man musste einfach auch gewährleisten können, dass die Youngster sich auf ein Niveau entwickeln, wo sie eben dann auch in der Bundesliga ankommen. Und da gab es da verschiedene Dinge. Es gab pro A, pro B, diese Trennung von der zweiten Liga in zwei Ligen quasi. Es wurde, da gab es wirklich Quoten, dass Deutsche auf dem Feld stehen mussten. Das war so gedacht, als die Liga, wo die Youngster sich mit 16, 17 dann durchgehen, ein bisschen oben ankommen, hoffentlich. Es gab eine JBBL und NBBL, also wirklich eine nationale Liga, sage ich mal vereinfacht gesagt, für die besten Nachflugspieler. Dass man eben nicht, ich weiß, bei uns in Niedersachsen damals zum Beispiel die Leistungsliga, da konnte man sich anmelden mit seiner A-Jugend oder B-Jugend. Dann hat man dann da aus dem Kreis, ich weiß ja, ob Braunschweig, Göttingen, hat man dann gegen die anderen guten Youngster gespielt und dann kommen sie, glaube ich, zur Norddeutschen Meisterschaft qualifizieren und zur Deutschen Meisterschaft. Das war so der Weg, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dann hat man gesagt, nein, das machen wir nicht mehr. Wir machen das halt anders. Wir konzentrieren das noch mehr. Die Besten spielen in die Besten und das war einfach eine richtig, richtig gute Idee. Und ich glaube auch, wenn ich es richtig sehe, glaube ich, alle Spieler, die wir jetzt haben in der Nationalmannschaft, sind diesen NBBL, J-BBL Weg gegangen. Weil man dann eben sieht, wenn ich sehe, was andere in meinem Alter schon können, was ich vielleicht nicht kann, dann spornt das natürlich an. Das ist ja auch so ein bisschen dieses, ich will nicht sagen, dass die Amerikanisierung, Amerika ist ein bisschen anders unterwegs, natürlich viel weniger organisiert. Aber gewisse Anleihen hat man daran genommen, aber auch in Frankreich, wo es ja auch ähnliche Systeme gab. Von daher, also zumindest pro A, pro B. Und das hat jetzt einfach einen viel besseren Rahmen gegeben. Und dann gab es in der BBL, die muss man ganz klar auch nennen, tolle Entwicklung hinzu, es wurden hauptnötliche Trainerstellen für Jugendtrainer geschaffen. Das wurde dann auch reingeschrieben in die Satzung, dass die Teams das machen mussten. Und es war klar, dass in den Nachwuchs investiert werden muss, weil die Liga auch helfen musste, diesen Nachwuchs zu produzieren, den sie brauchte, damit sie eben nicht mit, wie gesagt, mit vier, fünf, sechs Busfahrern dann da antreten, die zu welchen deutschen Pass haben. Und diese Kraftanstrengung von allen hat uns jetzt da hingebracht. Ich habe damals immer gesagt, es geht mir alles viel zu langsam, es muss schneller gehen, bla bla bla. Wahrscheinlich war ich da auch zu forschen im Nachhinein, weil das dauert halt eine Zeit. Aber der Weg war einfach knallhart der Richtige. Und alle, die damals gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht, das ist scheiße, das Geld haben wir nicht. Die lagen alle komplett falsch. Und jetzt haben wir hier diese Früchte, die wir ernten. Und das sind ja nicht nur jetzt die Früchte jetzt, ich habe es ein paar Mal gesagt, nicht nur eine goldene Generation, sondern das geht jetzt weiter. Es kommen immer wieder neue Leute dazu. Ich weiß nicht, dass wir jetzt mal eine Medaille gewinnen. Aber wir haben jetzt ein Level, ich würde es schon wieder mit Frankreich vergleichen, die ja eine wahnsinnig tolle Jugendarbeit hatten, ewig schon, mit Incep und all den Sachen. Und wenn wir jetzt immer sicher unsere 6, 7, 8 NBA-Spieler haben, egal zu welcher Zeit, immer viele Euroleague-Spieler, dann kannst du davon ausgehen, dass wir immer irgendwie in the mix sind. Ob es dann halt zusammenpasst mit den Talenten, die man hat, mit den Persönlichkeiten, mit dem Coach etc., das muss man mal absehen, braucht ein bisschen Glück dazu. Aber man ist da jetzt auf einem wahnsinnig guten Weg und das Momentum müssen wir jetzt weiter mitnehmen. B-Ball-Edit. Bei der Frage kommt mir der Closing halt. Deine Meinung zu den Aussagen von DBB-Präsident Ingo Weiß bezüglich Katar und der nächsten Basketball-WM. Ja, die wird da stattfinden in 4 Jahren. Zusammengefasst, im Bereich Fußball, speziell mit Regenbogenbinde etc., wurde es zu groß. Man sei schließlich für Sport, da klingt mir etwas zu sehr nach Shut-up-and-Play, DBB-Image-Fragezeichen. Ich habe das mal rausgesucht hier. Das war die DPA, glaube ich, mit Ingo Weiß gesprochen und er hat folgende Zitate gesagt. Er hat gesagt, wir werden nur in Doha spielen. Wir werden mit einem Elektrobus von Gruppe A zu Gruppe F fahren können. Wir werden die WM in einer Stadt haben. Das wird für mich sehr spannend. Man hat dort exzelle Voraussetzungen. Man hat dann auch gesagt, das Thema Menschenrechte wird dem Verband hingegen immer wieder auf die Füße fallen. So weit, so gut. Und dann kommt aber die Aussage, die ziemlich verheerend ist und ich weiß nicht, ob es noch andere Aussagen gab. Das ist nur das, was ich hier von der DPA im Kölner Standzeiger gelesen habe. Er hat dann gesagt, diese ganzen politischen Zeichen, Regenbogen hin und her, haben natürlich ihre Berechtigung, aber wir sind doch in erster Linie da, um Basketball oder Fußball zu spielen. Hinterher wurde ja auch gesagt, dass es viel zu sehr gehypt wurde, also das ganze Thema Regenbogenbinde. Den Sport könne man in Doha genauso betreiben wie in Köln oder Berlin. Ja, das ist natürlich, gerade die letzte Aussage ist natürlich eine. Ja, also da fehlen einem ehrlich gesagt so ein bisschen die Worte, denn das ist ja schon so an Ignoranz eigentlich nicht zu überbieten, wenn wir ehrlich sind. Ob man jetzt das ganze Thema Regenbogenbinde oder inwiefern müssen Sportler, sollen Sportler politische Stellung beziehen, das können wir alles zur Seite schieben. Das ist nur was Mannschaften machen wollen oder nicht oder was ihre Verantwortung ist. Das ist viel zu groß für diesen Podcast, wenn wir uns diskutieren. Was mich aber nicht mal unbedingt fassenlos zurücklässt, denn so sind Sportfunktionäre leider in aller Regel momentan, also nicht so momentan, sondern in einigen Jahren auch schon, aber ist eben dieses, man kann ja da genauso gut den Sport ausüben wie sonst auch. Das ist eine Heuchelei und eine Ignoranz nicht mehr zu überbieten, wenn wir ehrlich sind, aus folgendem einfachen Grund. Ja, wenn man männlich ist und straight und da zur gängigen herrschenden Klasse, sagen wir es mal so, wenn man dazu gehört, ja, cool, dann geht das sehr wohl. Gehört man einer anderen Gruppierung an, die vielleicht in dem Land nicht so wirklich die gleichen Rechte genießt wie die, die halt an der Macht sind, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich super versiert bin in den innenpolitischen Gegebenheiten von Katar. Muss ich aber auch nicht, denn ich glaube, die Fußball-WM und die Berichterstattung drumherum und gerade auch davor hat das ja ziemlich klar offengelegt, was da Phase ist. Und sich dahin zu stellen und zu sagen, kann ja jeder den Sport treiben, der will. Nein, kann er eben nicht. Kann er eben fucking nicht, Ingo weiß. Und wenn du das nicht, wenn sie das, ich will jetzt ja auch die Form wahren, das nicht wissen, dann weiß ich nicht, was die letzten vier Jahre eigentlich gemacht haben als Sportfunktionär, der sicherlich auch mal geguckt hat, was ist da eigentlich der Aufruf, was ist eigentlich das Problem da in Katar, wenn die da Fußball spielen wollen. Weil im Endeffekt muss man einfach ehrlich sein. Der Grund, warum man da spielt und warum Fußball da gespielt wurde, ist Geld. The answer to all of your questions is money. Und das ist hier halt auch. Und die Antworten sind nicht Menschenrechte und die Antworten ist nicht Wokenness und so whatever. Die Antwort ist Geld. Fucking Geld. Und dann muss man einfach auch sehr ehrlich sein und das sagen. Und sagen, hey, das ist ein toller finanzieller Partner für die FIBA. Aber wir hoffen uns davon, monetäre Zuwendungen, die den Weltverband weiterbringen und den Sport weiterbringen und alles andere können wir nicht beeinflussen. Das wäre das eine moralische Bankrotterklärung? Ja. Aber die Aussage auch, wenn wir ehrlich sind. Aber mit der FIBA, ich will mich jetzt nicht mal alle meine Akkreditierung für die nächsten 20 Jahre kaputt machen, aber man hat das ja auch zum Beispiel in Manila gesehen, dass das so ein bisschen ein bisschen kurz gedacht ist. Wenn man gesehen hat, was die Preispolitik da in der Arena war. Also, da wurde zwar Ausverkauf verkündet beim Finale, ich habe da kein ausverkauftes Areal gesehen, sondern da war eine Menge Plätze frei. Nicht oben, wo es wirklich billig war, im ganz absoluten fünften Oberrang, neunlich im vierten, aber drei, zwei, eins. Überall Plätze frei. Und warum? Weil sich das die Menschen, die dort leben in Manila, nicht leisten können. Mit Leuten, die da in den Slums und den Baracken leben, gut, die sowieso nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der einen halbwegs normalen Job hat in Manila, diese, was war das, 250, 300 Euro hinlegen kann für ein Spiel bei so einer WM. Das kann ich mir einfach nicht denken. Nicht bei den, wie gesagt, was da das Jahreseinkommen ist. Jetzt sage ich nicht, man hätte die WM dann nicht stattfinden lassen sollen. Ich sage, da hat man auch gesehen, dass das nicht darum ging, dieses Basketball auf den Philippinen irgendwie größer zu machen, sondern es ging darum, dass man da gespielt hat, weil es da wahrscheinlich ja auch Geld gab und einfach, dass irgendwie alles so sportpolitisch gepasst hat. Aber so richtig ist da nichts passiert mit den Einheimischen. Und wenn man jetzt nach Katar geht, dann geht man hin, weil es, wie gesagt, weil es gekauft wurde dort. Und klar, ich glaube auch keinen Gegenkandidaten, wenn ich es richtig erinnere. Das wurde ja im April entschieden. Aber da zu spielen, das ist halt eine moralische Bargott-Erklärung. Aber dann mach es auch richtig und sag, da haben wir uns nicht einzumischen. Das ist irgendwie okay. Die regeln ihre Sachen so, wie sie sie hier regeln. Wir wollen nur Basketball spielen hier. Dann sag das. Das macht es nicht gut. Aber deswegen ist es ehrlich. Um da sowas zu sagen, was Ingo Weister gesagt hat, ist einfach, da fehlen mir wirklich, auch wenn ich da jetzt fünf Minuten drüber rede, echt so ein bisschen die Worte. Weil das an Ignoranz nicht zu übertreffen ist. Aber jetzt Shut up and play. Nee, das würde ich nicht sagen. Es ist einfach, weil ich glaube, ich würde nicht daraus lesen wollen, dass er jetzt der Mannschaft einen Maulkopf gibt oder so, dass die da keine Aktionen machen dürfen. Sondern für mich ist es einfach nur so, es ist eher so, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, ob ihr aus einem Mad-Magazin gelebt habt, gelesen habt, das ist eher so, no und? Alfred E. Neumann mäßig. Nur eben mit viel, viel mehr zu sagen, als Alfred E. Neumann das jemals durfte. J.D. Doney fragt, ich möchte für den nächsten Fragen-Podcast wissen, kannst du angesichts der Studie über die Potenzanalyse, Potenzialanalyse, sorry, Basketball in Deutschland war auf Platz 26, auf dem letzten Platz, glaube ich damals auch, erklären, warum wir in Deutschland trotzdem in den vergangenen Jahren so viele tolle Spiele hervorgebracht haben? Warum fruchten die Förderkonzepte? Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Ich sage, ich weiß nicht, wie diese Potas, hieß die, glaube ich, Analyse, die eigentlich analysieren soll, wie Potenzial die einzelnen Sportarten, ich glaube, im DOSB haben und wo man halt Geld investieren sollte, Fördergelder und wo nicht. Keine Ahnung, was da für Kriterien angelegt werden. ist aber auch eigentlich ziemlich egal, weil ist ja nicht so, dass so eine Analyse verbietet dir als Sportart einen tollen Job zu machen. Die Fehler liegen nicht beim Basketball, die Fehler liegen bei der Analyse. Die müssen sich fragen, wie haben wir eigentlich übersehen, dass die da sechs NBA-Spieler haben, plus eine Menge Euroleague-Spieler, plus, auch wenn man ein bisschen größer aufzieht, bestimmt nochmal vier, fünf andere Jungs, die eigentlich in der NBA-Bassball spielen können. Wenn die Leute von der Analyse überhaupt wissen, was die NBA ist, keine Ahnung. Keine Ahnung, habt ihr schon mal Scouting-Reports gelesen über die deutschen Spieler und gesehen haben, was in den letzten Jahren als andere Formen halt dazugekommen sind. Fakt ist, who cares in dem Fall. Kann man sich schon drüber aufregen, das ist ein Thema für Sport. Sportpolitiker freuen wir uns einfach, dass die komplett falsch schlagen. Und wenn es das geändert hat, dass jetzt mehr Fördergelder beim deutschen Basketball landen, umso besser. Kate Scholes fragt, deine Meinung zu Jenas Verpflichtung von Yoshiko Saibu? Ja, habe ich auch mitbekommen auf Twitter, war es glaube ich zu lesen, dass Science, heißt denn die auch Science City? Ich glaube ja, Jena haben halt Yoshiko Saibu verpflichtet. Ich denke, ihr kennt die Geschichte damals bei Corona. Ja, ein paar zweifelfte Meinungen vertreten, ein zweifel Skandalchen da gesorgt und ja, war dann ja auch bei Olympia dabei, wie ich mich erinnere. Das war auch ein Riesenthema. Damals war er im Ausland unterwegs und jetzt ist er zurück in Deutschland, Basperation ist da bei Science City. Und da gab es auch gewisse Aufruhe. Ich weiß hier, wer ist der, der SC Cast, also ein Podcast Account, also das kommt bei Twitter von dem Podcast, hat gesagt, er wird nicht mehr über Science City berichten und so. Das ist das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, das ist wirklich das, was ich da gesehen habe in seinem Account, so die Fansäle. Ob es jetzt wahrscheinlich fleckendeckend für die Fans, aber das fand ich schon bemerkenswert. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich das bewerten soll. Alles in allem bin ich jemand, der natürlich damals überhaupt gar nicht der Meinung war von Yoshiko Saibu, habe ich damals auch, glaube ich, relativ klar geäußert. Auf der anderen Seite wird es ein berühmter Fußballtrainer mal gesagt, Lebe geht weiter und ich denke, bei allen Dingen, wo ich nicht mit Yoshiko Saibu auf einer Linie bin, was das Thema Corona und Maßnahmen etc. angeht und ich auch die Sachen damals auch sehr kritisch gesehen habe, die er gemacht hat. Ich weiß aber auch nicht, was sein in den letzten zwei Jahren, drei Jahren jetzt los war mit ihm. Ich weiß nicht, ob er da diese Dinge immer noch fährt, ob er noch diese Querdenker-Nummer fährt, ob er immer noch da irgendwelche Sachen fordert, keine Ahnung. Ich weiß nur, er war bei Olympia dabei, da gab es keine Probleme. Joe Fugt, man hat damals ja auch ein klares Statement vorher abgegeben. Ich bin nicht der Meinung, dass man Leuten, selbst wenn sie solche, für meine verheerenden Meinungen hatten oder haben, je nachdem, verbieten sollte, zu arbeiten. Da kommt es für mich immer dann drauf hin, schlussendlich. Muss man jetzt als Unternehmen so jemanden an Bord nehmen, gerade wenn man auch davon lebt, dass gewisse Leute Fans von Unternehmen sind und bleiben und einem zujubeln und natürlich auch Geld bezahlen, diese Spieler zu sehen und so. Ich tue mich da ganz schwer. Ich glaube, da gibt es moralisch gar nicht so eine richtige Handhabe, weil er ist ja kein Verbrecher und er hat kein Verbrechen begangen, so weit ich weiß. Von daher, warum sollte man ihn nicht unter Vertrag nehmen? Es ist halt eine Entscheidung, die man halt dann aushalten muss. Also wenn es dann Fans gibt, die sagen, ich stelle meine Dauerkarte ab und ich will das nicht, dann muss der Vereinheit entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Aber jetzt von Anfang an zu sagen, also so einen Typen, den können wir nie wieder in Deutschland Bar-Spot spielen lassen, der darf nie wieder hier arbeiten, das geht mir viel zu viel drüber, also es ist total drüber. Ich denke, es gibt leider Gottes eine Menge Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die während Corona einfach Meinung vertreten haben, die vielleicht wirklich schädlich waren und auch nicht wirklich wissenschaftlich begründbar. Aber warum sollte man jetzt dann sagen, jetzt wo alles, ist nicht alles durchgestanden, aber jetzt wo wir das Gröbste lange hinter uns haben, man muss auch mal sagen können, na gut, war halt falsch, was der gemacht hat, aber wir verzeihen ihm, das hat uns ja nichts getan, aber ich komme damit klar, dass der für mein Team Basketball aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, nein Mann, ey, das war damals so krass, ich will ihm einfach nicht zujubeln. Ich glaube, das Gefühl, oder so ähnlich, Zwickmühle hatten glaube ich viele auch dann bei Olympia, aber wie gesagt, glaube ich, was jeder mit sich selber ausmachen muss, dass er wieder in Deutschland Basketball spielt, oder spielen kann, das finde ich richtig. Ob dann sagt der Verein damit klarkommt, was das vielleicht dann nach sich zieht, ist was anderes. Aber nachdem wir es bis jetzt wissen, ich glaube nicht, dass er jetzt da hinstellt und sagt, ich habe immer recht gehabt und so und ich kämpfe weiterhin für die Sache, glaube ich alles nicht, von daher finde ich das okay, sage ich mal, ich finde es okay. Das Öchtering fragt, was sagst du für den lächerlich niedrigen Defensivwerten von Dennis Schröder bei NBA 2K24? Ihr habt noch gar nicht reingeguckt, leider Gottes, ich habe es heute runter, gestern runtergeladen, aber ich habe noch nicht wirklich spielen können. Ich werde demnächst anfangen und auch wieder ein bisschen streamen damit, weil ich Bock habe, weil es letztes Jahr auch so Spaß gemacht hat mit dieser My Error, ich will dieses Jahr aber einfach aktuelles Team übernehmen, das glaube ich euch auch dann abstimmen im Stream und dann gucken wir einfach mal, dass wir irgendeine Franchise, also hoffentlich eine gute, aber ich würde glaube ich nicht die Hornets zur Wahl stellen, die dann halt zur Meisterschaft führen. Das wäre so das Ziel dieses Jahr. Aber ich habe noch keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was das Rating von Dennis Schröder ist, von daher musst du mir nochmal sagen, was das Ziel für Ziel Rating ist. Aber zu den Ratings allgemein, ich meine, das wird ja so erhoben mit so einer Formel, die sie da über die Jahre verfeinert haben, das wird schon seine Gründe haben, aber wenn ich davon ausgehe, dass er jetzt kann man so ein 60er oder kann man so ein 10 Minus Rating oder sowas bekommt, ein Defensor würde ich sagen, das ist natürlich absurd wenig und da würde ich mich fragen, wie sie denn darauf kommen im Endeffekt. Felix, der letzten Frage, müssen die Next Magazin Abos eigentlich verlängert werden oder passiert das automatisch? Das kommt drauf an. Wenn du ein Geschenkabo bekommen hast, dann nicht, dann wird es nicht automatisch verlängert. Wenn du eins von den, in dem Fall jetzt zwei Jahresabos hattest während des Crowdfundings, also damals von Start Next, dann verlängert sich das auch nicht automatisch. Wenn du aber über unsere Website, ich weiß, ein bisschen schwierig gerade alles, aber wenn du über unsere Website verlängert hast, dann geht es automatisch. Dann musst du dich auf nichts kümmern. Um nichts kümmern, es geht ja schon wieder los, dass einige, die über Paypal bezahlt haben, dass da jetzt Paypal abbucht für das nächste Jahr. Das ist alles eine Richtigkeit, keine Bange, das ist dann für 2024 schon. Aber ja, musst du selber wissen, was du da für ein Abo hattest. Ansonsten, der Hinweis, nochmal von meiner Stelle, wir sind gerade dabei, die MBA Preview fertig zu machen. Heute kam nochmal massig Text, ich habe alle Stats auch zusammengeschrieben, das dauert immer so ein, zwei Tage. Noch ein paar Teams machen wir jetzt fertig, dann hoffen wir, dass es nicht allzu viel passiert, bis es dann in Druck geht, in einer Woche, glaube ich, anderthalb Wochen, genau. Wenn ihr aber denkt, oh, Preview wird bestimmt geil, kann ich sagen, ja, da würde ich auch von ausgehen, dass es sehr geil wird sogar. Wenn ihr also Bock habt, die vorzubestellen, macht es am besten jetzt, das war letztes Jahr unsere mit Abstand am besten verkaufte Ausgabe. Wir haben trotzdem jetzt nicht super viele davon, also wir legen jetzt nicht da wie tausend mehr auf und so, sondern wir müssen immer gucken, dass wir auf den Sachen auch nicht sitzen bleiben. Von daher, wenn ihr nochmal sicher gehen wollt und euch das Ding mit Papier sichern wollt, dann am besten jetzt bestellen, gotnextmac.de und dann slash shop, dann seht ihr das alles, könnt ihr es vorbestellen, könnt ihr auch die 1992er Ausgabe vorbestellen, das ist die Ausgabe Nummer 4 dieses Jahr. Könnt ihr auch die Blink Ausgabe bestellen, die gibst sofort, die ist schon fertig. Oder die 2000er Special, da haben wir noch ein paar Exemplare von übrig, vielleicht wäre das was für euch. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht abschließend auch nochmal der Hinweis, ich habe das ja in den sozialen Medien rausgehauen, eine Weltmeisterschaft, alles cool, großartig, die Jungs lassen sich gerade noch feiern, heute war ja Dennis Schröder auch in Braunschweig und sein Geburtstag hat dann da einen Empfang gehabt und so. Aber jetzt fängt die Arbeit an, also auch wenn ihr irgendwie bei euch im Dorf, in der Stadt einen Verein habt, den ihr nahe steht, und ihr habt ein bisschen Zeit, hey, warum nicht fragen, hey, braucht ihr Hilfe? Braucht ihr vielleicht Hilfe, dass ich ein bisschen Assistant Coach machen soll beim U14-Trainer? Kommen da vielleicht viele Leute? Braucht ihr einen Ball? Ich habe noch ein, zwei alte Bälle im Keller liegen, wollt ihr die vielleicht haben? Jede kleinen Sachen können helfen. Fragt nach bei einem Verein, auch vielleicht wenn ihr schon seit Jahren nicht mehr dabei seid, ob ihr irgendwie helfen könnt, weil ich glaube, dieser Ansturm der Kids wird schon kommen und jede Hand hilft dann mit. In diesem Sinne, euch ein grandioses Wochenende, wir sprechen uns nächste Woche wieder und dann geht es langsam in die WM, in die WM, in die MBA-Vorbereitung. Da könnt ihr euch drauf freuen. In diesem Sinne, ciao. Ciao.